Musik Können wir uns um die ein bisschen drum herum schleichen? Das wären wir ganz recht Du musst mich doch sehen Okay, ja, sehr gut Die haben wir schon mal umgangen Sehr gut Ich hoffe, dass diese drei Punkte da die einzigen Zündkerzen sind, die wir brauchen Ah, verdammt Also ist hier oben auch einer drin Mist Aber gut, jetzt kommen wir ja von hinten Schauen wir mal, ob wir da drankommen ohne gesehen zu werden Falsche Seite, verdammt Woher denkst du gerade? Was ist das? Ich habe aber auch echt fies da gestanden Ihr seid ja auch selber schuld So, ähm Ah, da Achso, das war gar nicht am Panzer so eine Nebel Nicht schlecht Da waren es nur noch drei Okay Also dann Da unten Na, hier können wir nochmal geschickt auskundschaften Das sollten wir vielleicht gerade nochmal zwei Sekunden lang machen Okay, zwei Hier komme ich zurecht Drei Na, da sind doch schon ein paar mehr Oh, mit Alarmsirene Herzlichen Glückwunsch Und da ist der Motor Okay Der ist ziemlich weit ab Kommen wir da nicht so irgendwie hin Da hinten scheint offen zu sein Sonst hier nur komplett einmal rundherum Und dann von hinten rein Da ist maximal eine Wache Machen wir das so So blöd zum Leider entklettern Es ist hier unheimlich ruhig Aber es ist halt noch Morgenstund Okay Okay, da ist einer Hat uns aber nicht gesehen Okay Okay Da ist einer Der geht aber auch Ich denke Wir könnten uns Direkte an den Motor Rang schleichen Oh, da steht ja direkt einer vor uns Egal Kapiert Patrouille, Patrouille, Patrouille Das nervt langsam Na, na, na Und, und, und weg, und, weg, und, weg, und, weg, und, weg, und, weg Uh, sehr gut Eine Sekunde durchatmen So, das andere ist irgendwo da hinten Du findest gar nichts mehr, mein Freund Okay, das führt nur wieder da hin Ja, ich bin sehr gefährlich Na, wo bist du Kommst du hier jetzt auch mal Na Okay, die haben den Ach, den da vorne haben wir gefunden Guck mal hier durch Da verlassen schon die Ratten das sinkende Schiff Ist ja gar nichts Ja, mach das Was macht das Ist mir egal Irgendwo müsste hier ein Panzer sein Wo ist er? Da oben Da oben Keine Wachen Niemands Okay Sehr nett Dankeschön Man kann es mir ja auch mal ein wenig einfacher machen Sehr gut Okay Da ist ein Aussichtspunkt Da müssen wir auf alle Fälle hin Um den Panzer zu eruieren Oh, da ist einer Naja Na ja, wir haben ein bisschen Wir haben ein bisschen Ärger gemacht Da hinten Hast du was gesehen? Aber nichts, was uns irgendwie Ärgern dürfte Wenn jetzt hier oben einer draufstehen würde Das fände ich fies Sagte er Oh mein Gott Puh, jetzt habe ich mich aber echt verjagt So, ich sehe den Mutter schon Ich würde gerne ein bisschen rein und raus zoomen Ich meine, was ist denn das für ein doofes Fernglas? Hätte ich nicht zur Armee gehen müssen Das sehe ich auch so Aber Danke Uah Na gut Das war ein schneller Weg nach unten Das bist du mein Freund Ganz alleine Du So Nummer 1 Okay Okay Wir können uns von da hinten ran schleichen Arbeit wegnehmen Hätte ich nicht zur Armee gehen müssen Ich habe das alles hier so satt Habe ich dich jetzt Okay Okay Sehr gut Und keiner hat was gemerkt Naja Nicht wirklich Jedenfalls merken die jetzt nichts mehr Die, die was gemerkt haben Puh Den ganzen Weg wieder da hoch Echt übel Schauen wir mal Das alles ein bisschen umgangen Bekommen Und nochmal möchte ich mich hier jetzt nicht durchquellen Lauf, 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 lauf Hier ist niemand und wir sind vielleicht da. Das ist sehr gut. Bess, ich komme. Gleich hast du wieder Gas. Hallo Bess. Puh, oh scheiße. Verdammt, nein. Danke dir. Bin kurz vom Weg abgekommen. Aber du bist wenigstens wieder zurück. Sehr gut. Hier gibt es auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist ja, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche. Du dämliche scheiß Katreksmaschine. Ach komm schon. Komm Bess, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße und ich dachte, du machst deinen Ort bis Kampf Bess. Komm schon. Komm schon. Sie steht drauf, wie du fluchst, Junge. Alles klar, Edwards. Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke. Er wollte eine Panzerfahrung in das Dorf ein. Sagte Leute, wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Lass mir nicht aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ich gebe mein Bestes. Na komm, einer noch. Na, dann doch noch einer. Und du brennst schon mal, das ist gut. Na, hallo. Brenn, du Bastard. Ja, sehr gut. Und vorne kommt nichts. Sehr gut. Alles schön langer. Nicht zu überhasten. Ich versuche, die Häuser ein bisschen ganz zu machen. Wir haben den kleinen Bastard. Hier fehlt mir gerade ein bisschen epische Musik, muss ich sagen. Komm, dreh dich. Dreh dich. Warum habe ich da immer noch was Großes Böses vor mir? Das war nur ein L-Gaweer. Ich glaube, das ist was Großes Böses. Wie niedlich. Wie, da kommt was Großes. Ja, meinst du, ich schlafe hier. Ja, dabei. Aua. Wir haben mit deinem Westen-Nest gestochen, Jungs. Direkt so. Nein. Wenn wir das Wache sind wie tot. Durchbrechen. Genau so, Mac Mendes. Sehr gut. Ja, das war's. Gute Arbeit, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Das war doch eben noch einer, oder? Alles okay, fahrt weiter. Versuche hinter sie zu kommen, da ist die Panzerung schwächer. Danke für den Tipp. Gute Arbeit, Mac Mendes. Ich weiß auch gar nicht, Mac Mendes. So, gerade mal die Zeit nutzen. Sie ist fahrbereit, ein Wolf. Wer weiß, was hier noch alles gleich um mich zukommt. Okay. Auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot. Wir wollen zu der Hauptstraße direkt dahinter. Okay. Das ist ein Sammelpunkt. Sie wollen komplett zurückerobern. Also fahren wir direkt durch. Und dann? Überlassen wir Ihnen die Überraschung am Treffpunkt? Wie lautet denn der Plan? Wir haben die Initiative. Denn wie Sie hier hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen. Also gut. Ziehen wir es durch. Bleibt in Bewegung. Verwirrt Sie und hoff darauf, dass Sie nicht merken, dass wir ganz allein sind. Da sind Sie! Alles okay, fahrt weiter! Oh, wachsinnig. Nehm das, ihr Mistkerle! Habe ich dich hart getroffen? Sehr gut, sehr gut, weiter da! Mann! Treffe ich dich denn nicht? Oh, wachsinnig, feuert weiter! Oh, jetzt hab ich noch was weg! Na komm, danke! Sehr gut! Sie dürfen nicht in Reichweite kommen! Halt uns in Bewegung, Edwards! Ich tue mein Bestes, ich tue mein Bestes, aber gerade mal müssen wir gerade mal ein paar Cycles reparieren. Ein Panzer weniger! So, da unten haben wir ein Geschick. War es das? Hab ich es erwischt? Sieht so aus. Zerstört alle deutschen Fahrzeuge, die... Na komm, komm, komm. Oh. Ne, ist aber schön abgefälscht. Ich gebe mir Mühe. Weg mit der Geschützbesatzung. Ich weiß, dass du das ausmischst. Ja. Ja. Komm, 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 komm. Boah, das kann ich da hinten verschießen kann. Ist voll viel. Sehr gut. Kann ich machen. Ja, ja. Ah, nochmal was weggerollt. Wir sollten uns vielleicht hier oben verschanzen. So ein bisschen. Ja, sieht für mich noch ein bisschen Deckung aus. Es kommt gut. Na komm, komm. Tschüss. Ah, nicht durch das Haus. Oh, durch den Typ kannst du meinetwegen fahren. Du verfeißt mich hier oben nicht. Ah, hinter uns. Verdammt. Dreh dich. Best. Dreh dich. Oh. Genau das. Oha. Oh. Der war vieles. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. noch können wir uns nicht zurück sehr gut das war ein guter treffer ja gibt es nicht nicht vor mir so bist du der gegenangriff war lange nicht so hart wie er hätte sein können da kommen noch mehr dann soll es mal machen was ihr Danke! Das hab ich eben gebraucht. Jetzt, wo ich kaputt bin. So, ich lass mal weg. Zieh, zieh! Okay, das packen wir, das packen wir, das packen wir, das packen wir, das packen wir. So, jetzt geht's schon mal wesentlich besser. Komm, 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 einen packen wir noch. Danke! Sehr gut! Ja! 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 Moment ist okay. Ich kann verpacken, äh, Panzerbassen leider ein bisschen. Ich bin dafür aber auch sehr dankbar. Ja! So, ich kann mal eine Runde weiterfahren. Ja, komm, 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 komm! Der hat gesetzt! Komm, 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 lass uns jetzt nicht hängen! Da, 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 da! Gut so, verpassen Sie noch einen! Ah, hier! Mit Ausblick! Das Ding kann einstecken. Das ist echt der Wahnsinn. Das war es noch nicht. Oh, das ist noch ein kleiner. Ein leichter Panzer, halte den Kurs! Halbdurchhaltes Mädchen, es ist nicht mehr weit. Wer fährt noch? Gut geschossen, merkt man es! So, gibt es noch was? Gibt es noch was? Was? Wen kann der jetzt kommen? Soll mich nicht stören? Okay, los geht's! Aufruf! Machen Sie sie fertig! Jetzt sind sie nicht mehr so hart! Was? Ganz ruhig! Bleib konzentriert! Wir haben es geschafft, Jungs! Du hast es geschafft! Yes! Dann auf nach Cabread! Meine Kette verloren, verdammt! Die Kette verloren, verdammt! Die Kette verloren, verdammt! Aber ganz ehrlich, so ein Pistolenschuss soll es nicht ausgelöst haben. Das finde ich sehr merkwürdig. Jetzt sind wir allein. Allein mitten im Feindesgebiet. Und was machen wir jetzt? Fahrer. Wir laufen. An der zweiten Schlacht von Cambrai nahmen wir uns 300 Panzerteile. Einen Monat später. Krieg zu Ende. Die Kette. 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 Die Kette.